Oh mein Gott. Also das nächste Lars, ich glaube das... Ich will nicht! Dieser Boost ist die größte, größte Kacke überhaupt. Das ist ein bisschen zu hart, gell? Das ist nicht menschlich. Das wurde gemacht von Aliens. Mein Controller ist kaputt. Echt? Ein bisschen, ja. Oh Mann. Wie wollen wir jetzt GTA spielen? Du schuldest mir jetzt einen neuen Controller. Ich glaube wir machen jetzt hier auch fertig. Ich mache jetzt noch einen letzten Versuch. Ich zeige das jetzt hier Leute. Das fürs Thumbnail. Lars macht seinen Controller kaputt. Machen wir rein. Keine Angst. Hier, der ist einfach hier jetzt kaputt gegangen. Oh Mann, ich habe doch erst einen neuen gekauft.